Welt zu erschüttern, Perugleich bringt den Wahnsinn zum Mitspinnen. Simulation, Apikis und Action, nur von Zypermaus im Stream, jede Sekunde. Auf dem Bildschirm flackert das Abenteuer, die Welt der Spiele, sie wird immer besser. Virtuelle Welten, die sich immer weiter drehen. Peru Place lässt uns in die Barise, wir tauchen ein in die Stielefeld. Peru schafft kein Moment, vergeht die Gag-Community und Zerbande eins. Ruhe Vienna Wir sehen uns lahm, brotheranalysisch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns lahm, dass er freig wird. Ein Stream von Dänchen hoch und von Zypern aus dem Stream, jede Sekunde nur. Auf dem Bildschirm flackert das Abenteuer, die Welt der Spiele, sie wird immer noch besser. Virtuelle Welten, die sich immer weiter drehen. Peru Place, lässt uns in diesem Magie sehen. Das müsste jetzt passen. Wenn nicht, sagt Bescheid, schreibt mir in den Chat, damit ich Bescheid weiß und da notfalls die Notbremse ziehen kann. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst euch ein Like, ein Follow, ein Abo, ein Daumen hoch. Ihr wisst, wie das geht, den ganzen Bums. So, ja, ich hatte heute mal wieder ein bisschen Bock zu fahren und genau das werden wir jetzt auch machen. Ein bisschen hier quer durch Europa trucken. Schauen wir mal, was so an Aufträgen für uns drin ist. Wir haben ja heute ein bisschen Zeit, ne? Können wir eigentlich heute mal ein bisschen eine längere Strecke nehmen. Muss aber schon was Schönes sein, ne? Also, wir sind gerade in Mannheim, ne? In Mannheim. Und jetzt sehen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir eine Strecke nach Parma. Nach Bella Italia. Da geht's durch die Schweiz. Das sieht schon mal sehr verlockend aus. Ähm, was haben wir noch? Ja, hier werden die Strecken schon wieder kürzer. Stuttgart, Berlin. Mannheim, Rom. Rom, die ewige Stadt. Ja. Ähm. Oh, Alter, das ist ein ganz schöner Brocken, der Anhänger. Äh. Ich weiß nicht. Schauen wir mal weiter. Was? Was? Bourget? Oder Burg? Ich weiß nicht, wie das heißt. In Frankreich? Äh. Nizza? Birmingham in Großbritannien? Also, Großbritannien. Das werden wir mal wieder machen. Speziell in einer Folge. Äh. Ich fühl mich da heute nicht bereit für. Äh. Ich weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen... Äh. Ich trau dem Warten nicht. Also, Italien klingt generell schon mal gut. Was hatten wir hier noch? Äh. Da war doch noch einer mit Italien. Parma? Warte mal. Zeig mal. Naja. Ist recht übersichtlich. Also, wenn es zu kurz wird, dann können wir ja immer noch hier eine zweite Strecke fahren. Ist ja nicht das Ding. Gut. Dann lass uns das tun. Let's do this. So, ich hoffe inständig, das haut mit dem Ton hin. Ich hab da ewig wieder gekurbelt. Fertig zum Losfahren. So. Es ist auch fassend nicht, dass wir da was umdübeln hier noch. Ah. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, wir stehen gut, ne? Das war wieder grenzenlos übertrieben. Okay. Wir sind wieder unterwegs mit unserem schönen Scan, ja? Äh. MAN, was rede ich? Ja, ist Sonntag. Ich bin nicht zu rechnungsfähig. So. Los geht das. Ich hatte jetzt ein bisschen Trouble hier mit dem Tempomaten. Irgendwie stimmt die Zuordnung hier nicht mehr. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt hier heute hinhaut. Ich hoffe sehr. Buh. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ah. Können wir lachen. Also auf jeden Fall habe ich den einen Bildfehler schon mal korrigiert. Beim letzten Mal hatten wir so das Bild noch oben im Rahmen mit drin. Jetzt habe ich mich in den letzten Tagen mal hingesetzt, das Ganze so ein bisschen korrigiert. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich hoffe, das passt jetzt. Links halten und dann links abbiegen. Jetzt. Ich bin aber trotzdem zu schnell. Jetzt müssen wir es mal kurz einordnen hier. Biege nach links ab. Ja, komm, Junge. Wo kein Schnee liegt und so. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Äh, was? Wo ist das hier? Dieses kleine Bumsding hier. Warte mal. Entschuldigung. Das meint ihr nicht im Ernst, oder? So, ich versuche mich da mal so rein zu mogeln. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du liebe Müll. Dann mit dem Auflieger da durch. Ah, super. Merci. Danke fürs Gespräch. Aber gerade so durchgequetscht, ne? Ach, du Scheiße. Ja. Das ist ein Hinterhof hier. Ach, du liebe Müll. Wo ist jetzt mein Anhänger? Ja. Da drüben. Jawohl. Geht ja gut los hier. Ich hoffe, ich komme damit einigermaßen gerade raus gleich. Mal komm, 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 komm. Auf geht's. Okay. So, jetzt muss ich nur sehen, wie ich hier rauskomme. Oh Gott. Ich glaube, das gehen wir jetzt mal langsam an hier. Sicher ist sicher. Oh, wenn ich das hier schon sehe, Leute, da kriege ich Augenkrebs vom Feinsten. So, ich muss jetzt hier, wie? Rechts oder? Oh Gott, nee, links. Oh Gott. So. Lass mal mal gucken. Alles klar hier? So, jetzt müssen wir ein bisschen kurbeln, 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 kurbeln. Ach Gott. Geht gut los. Das wird eine Spaß-Tour. Ich merke das jetzt schon. Liege nach rechts ab. So. Jetzt müssen wir ein bisschen kurbeln, 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 kurbeln. Wir sind auf Kurbel. Richtung Bella Italia. Schauen wir mal zu, dass wir hier auf die Autobahn kommen. So schnell wie möglich. Ah. Ah, komm vorbei hier. Nee, du musst warten. Tut mir leid. Alter, da haben wir uns gerade eben noch so reingemogelt, ne? Ja, okay, okay. Ich hoffe, die Jungs haben das Zeug gut verzurrt. Jetzt eine kleine Strecke nach Italien. 738 Kilometer sehe ich hier gerade. So, ich brauche hier gar nicht auf Highspeed machen. Wir müssen gleich wieder abbiegen. Wir sind hier noch im Stadtbereich. Demnächst rechts abbiegen. Ah, Arbeitsagentur haben wir nebenbei auch noch entdeckt. Immer gut. Ich wollte sowieso demnächst mal wieder einen neuen Fahrer einstellen für unsere Spedition. biege nach rechts ab. So, jetzt gibt es hier ein bisschen Landstraßen-Feeding erstmal. Das wird sich immer an 70 angezeigt. Hier sind es aber nur 60. Sehr merkwürdig. Ja, ich denke mal spätestens auf der Hälfte der Strecke werden, wo wir mal Pause machen müssen. Ich sehe schon, der Schlafbalken ist schon so ein bisschen angeknabbert hier. So, und damit sind wir unterwegs vom Mannheim nach Bella Italia. Ja, ich hoffe, wir kommen einigermaßen gerade an hier, ohne Schäden, so weit wie möglich. So, es kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ich wollte gerade den Ton nochmal nachprüfen. Jetzt muss ich warten, bis wir wieder an der Ampel kommen oder sowas. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wie sieht es mit Tank aus? Tank ist noch voll Das passt Sollte auch für die Fahrt reichen Ah, was ist ein bisschen drüber hier, ne? Ja, egal Sind wir schon im Grenzgebiet zur Schweiz? Warte mal Oha, die Kollegen sind auch unterwegs 485 Euro? Das ist... Was ist das denn? Hat der... Was hat der gefahren? Eine Kiste Bier? Oh Mann Ich glaube, ich muss mal meine Personalstruktur nochmal überdenken hier Der eine oder andere ist jetzt nicht so ergiebig, wie ich mir das vorgestellt habe Oh man Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich weiß nicht, ich eier hier jetzt gerade rum, aber ich muss den Ton hier so ein bisschen in den Zügel halten hier. Das sieht alles gerade schon wieder sehr, sehr laut aus. So, bitte rot, rot, rot. Ja, sehr laut. Aber dann kann ich nämlich ganz schnell mal so ein bisschen den Spießhaut ein bisschen nachregeln. Jawohl. Boah. Boah. Bitte links halten. Okay. Das ist in Straßburg. Uiuiui. Kurve und aufwärts, das lieben wir. Ja, ist ja gut. Ein Hin und Her hier. Bitte links halten. Ja, wieder. Junge. Das war eigentlich Doppel-Links, oder? Wenn man es genau nimmt. So, ich hoffe, wir können jetzt mal so ein bisschen gepflegt und entspannt hier den Highway unter Brettern. So, wenn jetzt gleich nichts auf der rechten Spur ist, dann setzen wir mal rüber. Hier wird es eh enger gerade. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wie spät haben wir? 14.22 Ich möchte natürlich von Grund weg jetzt erstmal natürlich versuchen, so lange wie möglich jetzt noch zu fahren, bevor wir die Pause einlegen müssen. Ich muss jetzt nicht zwingend eine Nachtfahrt draus machen. Jetzt lassen wir die Tanke hier nochmal rechts liegen. Aber jetzt, wo die Automatik, wollte ich fast sagen, der Tempomat wieder geht, ist das ein richtig schön entspanntes Fahren. Jedenfalls, wenn man irgendwann mal auf der Autobahn ist. Ja, mit den Außenansichten muss ich mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier von der Fahrbahn abkomme. Also, ihr hört das immer schon am Aussetzen des Motors zwischendurch, immer dieses Auf und Ab hier. Ist ein bisschen nervig, aber, naja. Runter geht's immer schön locker. Sparen wir ein bisschen Sprit. So, ich hab nochmal kurz an der Schraube hier gedreht. Sorry, Freunde. Jetzt müsste es aber definitiv passen. Absoluter Wahnsinn. Ich hab jetzt schon die Game-Lautstärke auf 10 runtergestellt. Schlägt immer noch aus wie Hulle. Aber es ist auf jeden Fall jetzt deutlich leiser. Rechts halten und dann auswärts rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. So, fahren wir jetzt über einen Rasthof oder was passiert hier? Ja, Moment. Muss ich hier jetzt rum? Oh, Himmel. Was macht ihr denn hier, Freunde? Junge, Junge. Okay, 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 okay. Ja, jetzt mal cool bleiben hier. Was? Unfall? Was für ein Unfall? Ich seh nix. Ist da einer hinter mir? Bin ich irgendwo angerasselt? Alter, ich bin hier total falsch. Ich hab mich verfranst. Mist. Äh. Na, fahren wir doch den Kollegen mal hinterher hier, ne? Peinlich. Oh, hier ist gerade ein bisschen Stau hier. Ah, das müsste der Grenzübergang zur Schweiz sein, oder? Denk ich mal. Okay. Auf jeden Fall werden hier jetzt mal die Papiere kontrolliert. So, weiter geht's. Junge, du kannst das runterregeln, wie du willst. Das Röhren vom Motor hörst du immer. Ups. Kommt da die nächste Kontrollstelle? Leute, was ist da? Ach, jetzt kommt hier noch... Was kommt jetzt noch? Zoll, oder was? Junge, Junge. Hier ist ganz schön was geboten. Okay. Da brauchen wir uns jetzt nicht länger aufhalten. Gut. Immerhin etwas. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig Junge. Was ist das hier für eine Straßenführung? Also, wenn das so weiter geht, dann toi, 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 dass wir auch in Italien ankommen. Junge. Junge. So, wir sind in der Schweiz. Und natürlich, nur bei Peru Place und nur echt bei Peru Place mit Regen. Natürlich. Selbstverständlich. Bitte links halten. Okay. Wat ein Schietwetter. Autsch. Das war jetzt ich. Da habe ich jetzt gepennt. Entschuldige. Rechts halten. Und dann auswärts rechts nehmen. Schon wieder Abfahrt hier, Junge. Eine Abfahrt nach drei anderen hier. Ich glaube, ich sollte mich weiter rechts halten. So wie das aussieht hier. Rechts halten. Ja. Dann auswärts rechts nehmen. Also, als langweilig kann man die Straßen hier nicht bezeichnen. Alles andere als das. Wir fahren hier eine Brücke Schleife nach drei anderen sozusagen. So, jetzt haben wir schon nach fünf. Jetzt können wir tatsächlich mal überlegen, ob wir an den nächsten Ratsenplatz ranfahren. Es ist eh Mistwetter, ne? Da lieber ein bisschen Bubu machen. Bitte links halten. Nö. Wir fahren jetzt auf die Ratsstätte. So, jetzt schauen wir mal. Immer geradeaus. Da wird doch ein leckerer Platz noch für uns übrig sein, oder? Definitiv. Immer geradeaus. Ja, jetzt ist mal gut, Tante Navi. Ich bin hier am Parken. Das sieht gut aus. Okay. Schauen wir mal, wie lange wir pufen. Ja, komm hier. Ein paar Stunden mehr können schon sein. Ein bisschen Gas bis nach Italien. Hallo? So, Scheibenwischer können wir auch was machen. Hat sich auch erledigt. Sehr schön. Perfekt. Neu berechnen. Regen verpennt. Wunderbar. Neue Route finden. So, Feuer frei, Freunde. So, wir haben noch 400, etwas über 400 Kilometer auf der Uhr. Ja, könnte knapp werden, aber mit etwas Glück haben wir dann keine Pause mehr. Und fahren durch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich muss unbedingt daran denken, dass wir nach der Fahrt mal auf die Angestellten schauen. Weil was da abgeht, ist nicht normal, ne? Das ist zu wenig Umsatz. Viel zu wenig. Es geht jetzt Richtung St. Gotthard oder ist da schon der St. Gotthard-Tunnel? Wer Autofahrer ist oder Trucker und sich da besser auskennt, sagt mir mal Bescheid. Ist das schon der legendäre St. Gotthard-Tunnel? Ist das schon der St. Gotthard? So mag ich das. Flüssig durchfahren. Im angepassten Tempo. Ohne Stress. Ohne schöne Aussicht. Bitte links halten. Äh. Ja, das ist leichter gesagt als getan mit den ganzen Rasern hier. So, jetzt. Das war knapp. Bitte links halten. Ja. Ja. nuovocrates. Jetzt. Ich bin relativ. Oh, das wird hier ein bisschen länger gerade, sehe ich. Junge, Junge. Und der nächste Tunnel, Junge, 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 Junge. Ja, Schweiz live, ne? Ah, ich würde jetzt so gerne das Radio anmachen. Wenn ihr übrigens einen schönen Country-Sender sucht hier bei Dingens, ne? Euro Truck oder American Truck Simulator. Ich kann euch da wirklich Big FM empfehlen, wenn ihr so auf den klassischen Trucker-Sound steht. Sehr coole Musik dabei. Aber kann ich hier ja nicht spielen. Ja, ist ein Cheat. Sehr coole Musik dabei. Ja, nach dem ganzen Gebirge und den ganzen Endplus-Tunneln freue ich mich schon richtig auf Bella Italia. Auf ein bisschen mehr Grün und mehr, mehr. Ja. 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 Und der nächste Tunnel hat jemand mitgezählt. Wie viele haben wir jetzt schon? Junge. Ich bin falsch gefahren. Shit. Komme ich noch zurück? Ohne jemanden abzuwämsen hier. Stopp. Ah, der Kollege wartet. Dankeschön. Das ist sehr nett. Komme ich vor. Gesappel, die gerade wieder verfranzt hier fast. So, wir müssen nämlich hier über die Grenze. So, wieder mal Kontrolle hier. Das machen wir aber mit links. Ja, fahr. Ah, was ist denn da los? Bist du bekloppt? Was ist denn das? Also, da möchte man manchmal ein bisschen eskalieren und nicht deeskalieren, ne? Junge. Aber das ist wirklich wie im richtigen Leben hier. Echt realitätsnah. So, wir haben erreicht. Bella Italia. Und jetzt sind es noch 210, 212 Kilometer. Oh, wir dürfen hier nur 60. Ach komm, hör doch auf. Wo sind es 80? 80. Meinst du? Oh, wir dürfen hier nur 60. Oh, wir dürfen hier nur 60. Lieber, Mel, kommt schon wieder das nächste Junge Ach, Maut, okay Natürlich Ich dachte, was kommt denn jetzt schon wieder? Zahlen, natürlich Sie wollen unser Bestes, unser Geld Wie immer Naja, 10 Euro ist Übersichtlich, ne? So So, wir fahren jetzt Richtung Turino weiter Bitte rechts halten Okay Sind schon dabei So And Das ist quasi Also heute fressen wir wirklich Kilometer. Das ist richtig gut, zügig geht es ja voran. Bitte links halten. Okay. Was? Aufleger-Schaden? Hä? Ich habe jetzt auch im Rückspiegel nichts gesehen. Was war da? Naja, egal. Wir können es jetzt eh nicht ändern. Ich hätte schon gern gewusst, woher und warum. Ich muss jetzt auch demnächst mal unbedingt die Bibliothek hier ein bisschen erweitern. Also ich habe hier schon fast alle Karten, aber so die neueren, genauso beim American Truck Simulator, zum Beispiel Nebraska, die hätte ich schon gerne. Jetzt allerdings steht natürlich, ich hatte es schon mal erzählt, was anderes an, nämlich eine adäquate Docking Station hier für das Steam Deck. Damit wir A, eine bessere Internetverbindung haben, damit eine bessere Übertragungsrate, aber auch, dass wir mehr Equipment anbringen können, wie zum Beispiel ein vernünftiges Mikrofon zum Beispiel. Ne, oder auch mal endlich wieder mal eine Webcam. Ja, und eine Speicherkarte. Meine große, in Anführungsstrichen, Speicherkarte war eigentlich ganz so doll, wie der Verkäufer sie angepriesen hat. Ich kannte die Marke auch nicht. Aber es gab nichts anderes in der Größe, also habe ich die genommen, hat aber die Biegel gemacht. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem internen Speicher unter 64 GB Zusatzkarte. Das ist eben halt nicht viel, gerade wenn du solche Sachen drauf hast, wie die Truck Simulatoren und vieles mehr. Ja, das ist so das, was eigentlich im nächsten Monat, sofern es geht, gemacht wird. Und wenn was übrig bleibt, schauen wir mal. Vielleicht das ein oder andere Add-on oder Map, wie hier zum Beispiel. Oder viele PS5. Müssen wir mal gucken, was so da aktuell ansteht. Okay, Richtung Bologna. Genau, wir fahren ja nach Parma, also genau richtig. Vielleicht sollten wir auf der Rückfahrt so ein bisschen leckeren Parmaschink mitnehmen. Oh, habe ich da schon wieder? Oh, wenn ich daran denke. Ich habe ja eine kurze Zeit auch in Italien gelebt. Leute, essen wie Gott in Frankreich. Ist das schon wieder eine Mautstelle? Oh Gott. Ah! Kann ich da... Oh, da will er mich gar nicht haben. Okay. Gerade eben noch gesehen. Na gut, dann fangen wir hier durch. Hatte ich nicht ein elektronisches System hier vorne an der Windschenscheibe? Wenn nicht, muss ich das nochmal besorgen. Weil dann hätte ich rechts wahrscheinlich durchfahren können. Mit automatischer Abbruchung. Ich meinte, ich hätte das. Hm. Bist du mit demnächst mal in der Werkstatt schauen? Ist ja nicht so teuer. Aber so oder so ist es das Geld wert. Definitiv. Also die Kiste zieht so richtig fett an. Trotzdem Massengewicht, die wir hinten dran hängen haben. War nicht billig das Ganze, aber hat sich gelohnt der Kauf. Definitiv. Ein paar Mal geradeaus. Wunderbar. Passt perfekt. Was sehen meine ver... geeiterten Augen? 55 Kilometer... 42 Kilometer. Ist ja nix. Aber das ist mal eine knackige Fahrt. Knackig kompakt. So. Wir schieben uns hier mal mit rein. Vielen Dank. Oh, der macht uns Platz. Das finde ich gut. Bringt uns zwar jetzt nicht viel, weil wir sind schon auf der Höchstgeschwindigkeit, aber okay. Nächster Halt. Parma. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jawohl, Sir. Äh, Mann. Nimm die Ausfahrt rechts. So, und hier kommt wieder die nächste Kassierstelle hier. Eine Mautstelle nach der anderen. Die nehmen's von den Lebenden hier, ne? Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so groß beschleunigen, wenn ich da auf die Map gucke. So, wir haben ein paar mehr erreicht. Zum allerersten Mal. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, ich schätze hier. Ja, da sehen wir schon. Links und links und links. Okay. Okay. Ah, sehr gut. Dahinten ist auch schon eine Schlafstelle. Das ist sehr gut. Die werden wir nämlich bald auch wieder brauchen. So, hier müssen wir langsam rein. Das ist nämlich ein automatisches Turm. So, mach auf. Sollen wir nochmal gucken, wo wir den Bums hinstellen sollen. Das ist hier nämlich noch nix. Ah. Ich glaube, da hinten müssen wir lang. Moin, Diana. Moin, Diana. Und da ist schon unser kuscheliger Stellplatz. Ich sehe gerade, wir hätten hier jetzt auch genau auf dem Betriebsgelände eine Schlafmöglichkeit. Perfekt. Na, komm. Noch ein Stück. Jawohl, ja. Das ist doch wunderbar, weil dann stellen wir uns gleich noch um. Jetzt schauen wir uns mal kurz hier an, was wir eingenommen haben. Okay, ja, man merkt hier schon, ne, wenn es eine längere Fahrt war, das haut ordentlich rein hier. So, jetzt stellen wir mal unser Fahrzeug ab und lassen den Kollegen gleich mal so ein bisschen knacken. Wohlverdient. Jetzt müssen wir uns mal kurz wenden. Ah, Anhänger haben sich schon entsorgt. Sehr schön. So, hier irgendwo vorne war das. Mitten in der Auffahrt eine Ruhezone. Finde ich sehr witzig. So, wo war es? Ah, da vorne, oder? Wollen wir mal. Ist das hier so eine... Ne. Hä? Da war doch eben eine Ruhezone. Naja, egal. So, auf der Karte sehen wir gegenüber auf dem Gelände noch eine Ruhezone. Können wir natürlich auch nehmen. Kein Ding. Müssen wir mal gucken, wie wir drüben rüberkommen jetzt hier. Na. Da ist gesperrt. Das ist für eine kleine Ehrenrunde drin. Na gut. Was tut man nicht alles für einen Schlafplatz? Ah, der ist in der Mitte, ne? Ja. Okay. Suchen wir uns ein lauschiges Plätzchen. Neben den Kollegen hier. Der kann uns ein bisschen Schatten spenden. Jawohl, ja. Sehr schön. Junge, Junge. So. Ja. War eine schöne Strecke, ne? Einmal von deutschen Landen, Mannheim, Mannheim, nach Italien, nach Parma. Relativ unfallfrei, ne? Relativ unfallfrei. So, während der Kollege sich das hier schon mal gemütlich macht, schauen wir jetzt noch mal ganz kurz hier in die Geschäftsaktien. Ich habe es ja schon mal gesagt. Hier, ich muss mir mal die Kollegen angucken. Ähm. In der Firma. Ich glaube, ich muss da eventuell die eine oder andere Stelle umbesetzen demnächst. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ähm. Firma Fahrermanager. Jawohl. So. Nicht wundern, ihr seht das natürlich besser als ich, weil ich spiele es ja auf dem kleinen Bildschirm hier vom Steam Deck. Mit Schrift ist es immer so eine Sache, wenn es kleiner wird hier. Okay. Also, ihr seht, wir haben mit meiner Wenigkeit zusammen insgesamt sechs Fahrer. Aber, ja, 7,5 ist okay, ne? Aber der sollte hier bei der zerbrechlichen Fracht schon viel weiter sein. Einen hat er noch auf meinen Slot, aber dann braucht er ja nur noch die Terminware und dann ist der auch voll. Ähm. Was haben wir noch? 5,8. Ja, da fangen die Loserten an, ne? Der kommt hier gar nicht aus dem Arsch. Der hat hier zwei Punkte erst geschafft. Äh. Gefällt mir gar nicht, Freunde. Gefällt mir gar nicht. So. Die Madame Marie sollte die ADR, also die Gefahrenausbildung machen. Auch hier sehe ich nicht wirklich einen Fortschritt. Was ist denn da los? Spaß in der Fahrweise. Hier, das Einfachste, ne? Kommt ja nicht in die Pötte. So. Wir haben ja, ähm, jetzt noch ein neues Büro, wollte ich schon fast sagen, eine neue Garage in Stockholm. Da haben wir einen Fahrer. Der hängt immer noch beim zweiten ADR-Zeichen, ne? Das kannst du dir nicht vorausdenken. Ähm. Wir planen das mal um bei ihm hier. Erstmal auf Fernfahrt, dass der Junge hier überhaupt was einnimmt. Weil sonst muss ich ja leider mal ein bisschen eskalieren. Geht überhaupt nicht. So, Freunde. Ja. Nach ein bisschen Büroarbeit soll es das für heute gewesen sein. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da. Ne? Danke fürs Zuschauen. Und selbstverständlich bis zum nächsten Mal. Hoffe ich doch. Tschüss. Hier kommt der Sound, um die Welt zu erschüttern. Peru-Plech bringt den Wahnsinn zum Mitspinnen. Simulation, Apigis und Action. Anbruch von Zypern aus. Im Stream jede Sekunde Uhr. Auf dem Bildschirm flackert das Abenteuer. Die Welt der Spiele, sie wird immer besser. Virtuelle Welten, die sich immer weiter drehen. Peru-Place lässt uns in die Będziesee. Wir tauchen ein In die Stile fällt Wer uns schafft Kein Moment vergeht Die Decker und die Unzerbande reist Die Decker und die Unzerbande reist Auf den Bildschirms nackert Das Abenteuer Die Welt der Spiele Sie wird immer noch besser Virtuelle Welten Die sich immer weiter drehen Beoblays Wirst uns in die Magie sehen